immer weiter zu verschlimmern. Und in Wahrheit ist es ja so, mit jedem Treffen, mit jedem Gipfeltreffen wird die Situation immer noch schlimmer. Es steigen die Arbeitslosenzahlen auf europäischer Ebene, es steigen die Schulden auf europäischer Ebene. Das Einzige, was sinkt, ist das Wirtschaftswachstum. Das geht in den Bach. Und genauso, wie es mit dem Euro nach unten geht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Modelle hin oder her, Nordeuro, Südeuro, einzelstaatliche Währungen, es ist alles schon zu spät.